hallo grüß euch schön dass ihr wieder dabei seid heute haben wir das schöne dunkle schokobrauen schokobrauen steht für genuss und wenn man die schokolade denken ist genuss und wohlbefinden immer ein thema was man gern hören und auch was man in der kleidung umsetzen kann also ich erzähle schnell eine kurze geschichte ich war mal in udine sicher vor 30 jahren das ist schon so lang aus und da haben wir uns die sehenswürdigkeiten angeschaut und dann gehen wir so und da sagen wir die italiener sind so temperamentvoll haben dunkelbraune lippen dunkle brille und natürlich ist das was was wirkt und dann haben wir gesagt nein wir brauchen unbedingt einen dunkelbraunen lippenstift sind wir reingegangen und dann haben wir uns in englisch ein bisschen verständigt dark brown also meinen halt mit mir dann kommt die italienerin und sagt you need chocolate und das war eigentlich unser thema und seitdem liebe ich das dunkelbraun und von monari gibt es da ganz tolles thema heuer ein ledimitathema einen super weichen mantel der ist butterweich und ich sage immer vorteilhaft von größe 34 bis 46 super zum kleiden ich kann ein t-shirt darunter tragen eine schwarze hose und wie ihr seht also ich fühle mich richtig wohl und jetzt zeigen wir die hannah in schokobraun die hannah tragt das tolle shirt von monari und die ledimitathose passend auch zum mantel also wir könnten ganz in lack und leder gehen und ich finde ihr steht es natürlich auch sehr gut zu den braunen haaren ist für den wintertyp super geeignet und für den sommertyp oder frühlingstyp würde ich das braunen bisschen heller tragen und natürlich möchte ich unseren film ganz toll gestalten mit besonderen teilen da habe ich zum beispiel ein tolles cap made in austria ist in viskose gefüttert und das wäre ein teil das könnt ihr beim bläser tragen oder genauso ganz leicht bei der nicht jeder also so unterstreicht man das dunkelbraun auch und ich finde das ist ein tolles outfit und jetzt wechseln wir zum nächsten da haben wir ganz tolle weiche weste dazu auch in dem schokobraun mit kapuze wie wir gesehen haben und das ist super leicht zum tragen auch wieder für zu hause und genauso für den alltag und jetzt im schnelldurchlauf noch unsere tollen teile ein toller pulli auch von monari super glitzer superleicht das wunderschöne shirt das ich drunter trage mit einem verlängerten bündchen ist in viskose eine wunderschöne opus weste mit glitzer genauso mit der weißen bluse zum tragen ganz etwas leichtes unsere wunderschöne klassische braune weste mit v und das sind teile die kann ich alle kombinieren unsere puppen führen das auch vor und ich finde es schaut bei jedem perfekt aus man kann diese teile toll mit farben kombinieren mit rot orange mit natürlich mit dem creme und genauso mit gelb also man kann sehr ausbaufähig kombinieren mit dunkelbraun und ich würde euch ans herz legen dass auf diese farbe mal greift schering hat einen schönen winterwald aufgebaut ein bisschen klein aber mit einen schönen eisbären und wir wollen euch dennoch zeigen bitte folgt uns so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020